Die griechischen Anwältinnen verteidigen stellvertretend für uns alle das Asylrecht in Europa. Das haben Sie in einer Pressemitteilung zum Urteil geschrieben. Können Sie das erklären? Der sogenannte Türkei-Deal, der am 20. März 2016 in Kraft getreten ist, sieht ja eigentlich vor, dass man die Verantwortung für den Flüchtlingsschutz auslagert. Sie haben es schon erwähnt, der ursprüngliche Gedanke war, man zahlt Geld an die Türkei, bietet andere Annehmlichkeiten, aber dafür muss die Türkei die Seeroute dicht machen und auf den griechischen Inseln wird so ursprünglich in einem Schnellverfahren nur lediglich geprüft bei allen, die ankommen, inwieweit sie nicht schon in der Türkei sicher seien. Diese juristische Auseinandersetzung seitdem hat sich vor allem auf die Syrer, auf die erste Gruppe konzentriert, muss feststellen, dass bis zu dem heutigen Tag noch kein einziger Syrer aufgrund dieser Zulässigkeitsprüfung, also der Annahme, die die Türkei sei sicher, in die Türkei abgeschoben wurde. Das haben Syrer aufgegeben, weil sie die Bedingungen nicht mehr aushalten, aber rechtlich ist keiner dieser Fälle bis jetzt abgeschoben worden. Das ist das Verdienst der griechischen Anwältinnen, die in unserem Projekt Refugee Support Aegean arbeiten, aber auch in anderen Organisationen. Das muss man einfach sehen. Das ist eine exemplarische Schlacht, kann man sagen, juristische Schlacht, wo es um die Grundfesten des europäischen Asylrechts geht. Und bis jetzt ist es so, dass das verhindert werden konnte. Und ich sage, bis jetzt noch nicht abzusehen, ob es der anderen Seite gelingt, blind diesen Deal zu exekutieren. Wir haben angekündigt mit unseren Anwältinnen, dass wir nach Straßburg gehen, zum Menschenrechtsgerichtshof. Wir haben schon einen Fall dort anhängig. Und von daher ist alles Weitere immer noch offen. Der juristische Kampf geht weiter. Sie befürchten, dass das Urteil vom griechischen Staatsrat zu einem bedrohlichen Präzedenzfall zugunsten des Türkei-Deals werden könnte. Ging es bei dem Urteil nur um die Einzelfälle bei der Syrer oder wirklich um ein generelles Urteil über Abschiebungen in die Türkei und über den Türkei-Deal? Der Council of State, der Staatsrat, ist das höchste griechische Gericht. Und von daher ist es natürlich ein Präzedenzfall, der die Gefahr beinhaltet, dass einmal die beiden Kläger, aber auch andere jetzt schneller in die Abschiebemaschinerie kommen. Das ist erstmal ein Faktum. Da aber weitere Rechtsmittel noch in der Pipeline sind, also sprich, unsere Anwältinnen werden bei Schutzsuchenden, die in Abschiebungshaft sich befinden, Eilanträge stellen beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und wir werden allgemein klagen. Und wie schon gesagt, wir haben im Falle eines Armeniers schon eine Klage anhängig und dementsprechend wird die Auseinandersetzung weitergehen. Was interessant ist an dem Urteil, ist eigentlich der zweite Punkt, dass eine hauchdünne Mehrheit, 13 gegen 12, also es waren 25 Richterinnen und Richter, 13 gegen 12 verhindert haben, dass man die zentralen rechtlichen Fragen, es geht um die Konzeption der sicheren Drittstaaten nach einer EU-Richtlinie, dem zuständigen Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorlegt. Das zeigt, wie eng, wie hart die Auseinandersetzung war, wie politisiert die Auseinandersetzung ist und wie groß auch der Druck ist aus Europa, dass Griechenland auf Biegen und Brechen liefert. Also es ist eine sehr politische Auseinandersetzung, auch wenn es filigran um juristische Fragen geht. Und diese Minderheit von 12, die haben klipp und klar gesagt, ihr müsst vorlegen, weil die Türkei nicht europäischen Flüchtlingen nicht den Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention gewährt, weil die Türkei hat einen geografischen Vorbehalt. In der Türkei bekommen syrische Flüchtlinge nur einen vorübergehenden Schutz, der nicht den Rechten aus der Flüchtlingskonvention entspricht, ein Status, der pauschal vermittelt wird, zugewiesen wird, aber auch durch politische Entscheidungen wieder genommen werden kann. Und von daher entspricht er in vielerlei Hinsicht, das war auch die Frage der Richter der Minderheit von 12, entspricht er eigentlich nicht den europäischen Anforderungen eines sicheren Drittstaates. Und ganz wichtig, ein sehr renommierter Jurist, der Vizepräsident hat ihn schon hart ins Stammbuch geschrieben, den Kollegen, wie kann man die Qualifikation, die Türkei sei sicher, nur aus türkischen Quellen sozusagen speisen? Wie kann man in einer Situation, wo die Menschenrechte, die Bürgerrechte in der Türkei immer mehr zerrieben werden, seit dem Putschversuch, vorher schon, aber auch vor allem nach dem Putschversuch, wo es keine Rechtsstaatlichkeit gibt, wie kann man diesem Staat vertrauen? Und der Vizepräsident sagt, diese Quellen sind völlig unglaubwürdig. Und er hat seinen Kollegen ins Stammbuch geschrieben, ihr habt keine unabhängigen Quellen zitiert, ihr habt unabhängige Menschenrechtsorganisationen, die Berichte, die Evidenz nicht benutzt, ihr habt andere diplomatische Quellen nicht benutzt, und von daher hat er ihnen eigentlich ein sehr schlechtes Beispiel dargelegt, dass sie praktisch oberflächlich und nicht adäquat beurteilt haben. Und von daher diese Statements der Minderheit, die Minderheitenboten sind sehr stark und geben auch sehr viele Anhaltspunkte, einmal für die Klagen, aber sie geben auch eine Möglichkeit für andere griechische Gerichte, nach europäischem Recht in anderen Fällen, diese drängenden Fragen dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorzulegen. Da gehören sie eigentlich hin. Sie haben es angesprochen, dieses Urteil war politisiert, es ist sehr knapp gefallen. Haben Sie den Eindruck gehabt, dass konkret bei diesem Fall wirklich direkt politischer Druck von Regierungen oder von der EU auf den Richterinnen im griechischen Staatsrat zu spüren wird? Ganz generell. Man muss einfach sehen, alles, was seit März 2016 auf den griechischen Inseln passiert, geschieht im Namen der Europäischen Union. Die Europäische Kommission zieht dieses Konzept, Türkei-Deal, Türkei-Statement durch. Es ist ein wahnsinniger Druck aus Berlin und anderen europäischen Hauptstädten, dass dieser Türkei-Deal knallhart implementiert wird. Es hat verschiedene Facetten. Einmal, das war auch eine Vorgeschichte, das ist sehr kompliziert zu diesem Urteil, dass man im Sommer 2016 schon so weit Druck gemacht hat, dass die Asylbehörden, die zweite Instanz, grundlegend überarbeitet wird, weil die Ergebnisse nicht adäquat waren aus der Sicht der Europäischen Union, weil zu viele Zulässigkeitsverfahren dann abgelehnt wurden in zweiter Instanz, weil man gesagt hat, die Türkei ist doch nicht sicher. Und dementsprechend gab es eben nicht diese Abschiebung, nicht den Vollzug der Rückführung. Und das hat Europa auf den Plan gerufen, dass man gesagt hat, hier Griechenland, ihr müsst euer Gesetz verschärfen, ihr müsst die zweite Instanz neu besetzen, dass es besser funktioniert, dass es in unseren Worten nicht so flüchtlingsfreundlich ausgeht. Und deshalb war der Druck gigantisch. Oder ein zweiter Punkt, der jetzt vielleicht in der Öffentlichkeit viel relevanter ist, weil er leichter zu bebildern ist, wir haben eine permanente humaninäre Krise auf den griechischen Inseln. Aktuell spitzelt es sich dramatisch zu, es gibt mehr Ankünfte auf den griechischen Inseln, die Lager, die EU, Hotspots synchronisch überfüllt, Es herrschen dramatische Bedingungen. Flüchtlinge, Frauen, Kinder auch schlafen in Zelten, sind weitgehend nicht geschützt vor der Witterung, sind nicht geschützt in diesen überfüllten Lagern. Es fehlt an allem. Medizinisches Personal ist hoffnungslos überfordert. Die Verzweiflungstaten in den Lagern nehmen jeden Tag zu. Und wir befürchten aktuell, dass wir wieder wie im letzten Winter Tote in den Hotspots zu verzeichnen haben, aufgrund der dramatischen Witterungsbedingungen. All das hat mit dem Türkei-Deal zu tun, weil Europa sagt, ihr müsst sie auf den Inseln lassen, egal wie dramatisch die Situation ist, weil nur die, die auf den Inseln sind, von Erdogan werden von der Türkei zurückgenommen. Das heißt, man schafft eine permanente Anspannung, eine permanente humanitäre Ausnahmesituation auf den Inseln, um diesen Deal zu exekutieren. Und das zeigt, dass praktisch um die ganze juristische Auseinandersetzung, dass da ein gigantischer politischer Druck aus den Hauptstädten Europas und aus Brüssel gekommen ist, was für uns natürlich auch sehr dramatisch ist, weil die Kommission jetzt nicht das Gegenüber ist, wo man Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, um vielleicht Vertragsverletzungsverfahren einzuleiten, sondern nein, die Kommission ist Teil des Problems. Sie haben auch die Berufungsausschüsse erwähnt. Die Zusammensetzung dieser Berufungsausschüsse wurde verändert. Die beiden Syrer, um die es vor dem griechischen Staatsrat ging, waren das jetzt schon Auswirkungen von dieser veränderten Zusammensetzung, dass auf einmal diese Berufungsausschüsse Abschiebungen in die Türkei gebildet haben? Ja, die waren willfähriger mit der Neueinsetzung und dementsprechend waren die Ergebnisse, dass alle abgelehnt wurden oder immer mehr Flüchtlinge abgelehnt wurden in dem Zulässigungsverfahren. Das war evident, dass mit den neuen Ausschüssen praktisch die Maschinerie geölt wurde und der Widerstand praktisch in den Institutionen geringer wurde. Bei den ersten Ausschüssen gab es hunderte von Nichtbestätigungen, dass die Türkei ein sicheres Drittland war und lediglich in zwei Fällen haben die alten Ausschüsse die negative Entscheidung der ersten Instanz bestätigt. Einer ist dieser armenische Syrer, den ich erwähnt habe im Interview, wo wir jetzt Klagen vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anhängig haben. Das heißt, die alte Instanz war viel kritischer und weil sie kritischer war, gab es so gut wie überhaupt keine in zweiter Instanz abgelehnte Schutzsuchende nach dem Zulässigungsverfahren. Deshalb hat man dann nach einem massiven politischen Druck aus Berlin, aus Brüssel, die Instanz neu besetzt und jetzt funktioniert sie im Sinne der Architekten des Türkei-Deals. Aber das Problem wird bleiben, die juristische Auseinandersetzung ist nicht zu Ende. Es gibt in Griechenland große Bedenken von Seiten der Behörden, Teilen der Regierung, auch der Gerichte, Menschen überhaupt in die Türkei zurückzuschicken, trotz dem ganzen politischen Druck aus Brüssel und Berlin. Und dementsprechend ist die Auseinandersetzung noch lange nicht zu Ende. Aber das Leid auf den griechischen Inseln geht unvermindert weiter. Die Angst wird größer.